ja hallöchen ihr lieben und ein herzliches willkommen zurück zurück schon wieder zurück zur nächsten folge von los tag ihr lieben ich bin wieder da die liebe mail und meine fresse so ich bin auf dem weg zur schlachtebene begibt sich zur schlachtebene ja auf jeden fall wo relikte m auf der weltkarte sein könnten ja dann werde ich das auf jeden fall machen wird es ein dungeon sein oder wird es kein dungeon sein das ist die letzte folge in dieser aufnahme session wahrscheinlich wie es ausschaut weil ich noch andere sachen zum let's playen habe die auch wichtig sind was haben wir da zur schlachtebene ich habe eine stufe aufstieg hat der stufe 28 ja ja wohl schlachtebene sprich mit amel aber in der schlachtebene da muss ich mal auf b jagen auf r ist ausgrabung ich habe dies diesmal ein gutes gefühl jetzt gab sie aus ja uraltes relikt drücke die schlachtebene b und zur handwerksfreude zu wechseln ja nun sind sona ja klar überprüfe den relikt standort ja da hier hier leute super relikt standort sona ok sona und dann relikt suche finde wir graben einen folianten ok eine folianten das ist gar nicht so einfach leute wo soll ich also das mit dem sona das ist gar nicht so nah also einfach muss da mal hier ausgraben abgeschlossen schicke der meister in handwerk jawohl leute abschließen ja zertifikat für das ausgraben die wahrheit ist wie ein vermächtnis der zeit sie offenbart sich denen die bereit sind ihre augen zu öffnen leerling mai jawohl zertifikat erhalten toll sprich mit amel aber chaos elementar bis sieben hier mal ja ich werde mit diesem komischen da reden ich habe fertig als punkte aber nur sieben werde ich mir noch aufsparen ich finde das komba energie entladung also ich weiß nicht was ich kann mit dieser energie entladung nicht zu anfangen irgendwie ich bin stufe 28 habe ich etwas neues bekommen des lehrlings natürlich werde ich ausgrabungswerkzeug des lehrlings nehmen leute ich bin schon wieder so voll ich muss mit amel reden ja es wird in dieser folge jetzt die letzte also in dieser aufnahme session die letzte folge sein wie vorher erwähnt hat passt wurscht jetzt aber es merkt du bist hier ja ich bin hier regent schericht hat seine dämonentruppen an die front geschickt um uns zuvor zu kommen er wartet bestimmt mit seinen haupttruppen bis wir erschöpft sind kriegspriester vom matrix kloster haben sich freiwillig gemeldet um sich den dämonen entgegenzustellen dank ihnen konnten sich sirens hauptarmee durchkämpfen und eine garnison errichten aber wenn wir den rest der dämonen nicht ausschalten werden sie sirens armee von hinten angreifen wir müssen den kriegspriester dabei helfen hier so schnell wie möglich aufzuräumen wir sollten siren wissen lassen dass die hintere flanke seiner armee jetzt sicher ist ja leute besiege die chaotische dämonenbestien legion leute das wird ja heftig wird das heftig oder wird das heftig es wird heftig leute so werde ich das jetzt auf jeden fall machen ist das einer davon nö das ist ja keiner das sind nur chaoselementare oh ja einer vier von zwölf sehr gut grundausbildung erfolge abgeschlossen ok da habe ich das gemacht leute so wo sollen da die weiteren viecher sein ja da sind die zählen auch dazu was ist das also der ist schon tot oder was so leute wo sind die nächsten ich brauche nur noch einen einzigen sehr gut erstattet siren bericht leute mach ich mach ich leute stufe 28 siren bericht erstatten wo soll der sein der siren hier drüben kann ich ja gleich hin marschieren leute und unterwegs werde ich auf jeden fall looten denn loot tut gut leute ihr kennt meinen spruch haha pflanzen sammeln das habe ich schon länger nicht mehr gemacht jetzt leute aber da gibt es nirgends pflanzen durch die dämonenbestien hülle oder was keine ahnung steht noch dämonenbestien ich werde auf jeden fall jetzt zu siren gehen siren gehen schmerzen kräftig wieso die gelbe sie Colum die Leute! Weg mit dir! Zack! Der ist hinüber! Weiter geht's! Was ist mit dir? Hey, du bist ein Elite-Gegner! Ich hab' ich gerne! Ja, weg mit dir! Haha! Ich muss zu Siren gehen, Leute! So, weiter geht's! Was ist das? Beobachtendes Chaos! Oh, ein Elite-Gegner! Du lass' mich in Ruhe! So! Ich hab' dich in Ruhe! Servus! Ich hab' das Buch! Und da hab' ich Theranes Verhandlungsplakat! Ein nächstes! Ist das leibernd? So, Leute! Weiter geht's! Reparieren, Leute! Da ist ein Reparaturmeister! Alles reparieren! Auch meine Handwerkssachen komplett reparieren! Fertig! Ich weiß! Ich übertreib' meistens mit dem Reparieren! Aber das interessiert mich jetzt nicht! So! Dann geht's einmal weiter! Und zwar hier hinten! Wir greifen an, Leute! Ein Dungeon! Schwarzblutfeld! Sirens Truppen haben sich gegen die Armee des Regenten in Bewegung gesetzt! Die den Bilbrinwald angreift! Du musst die Armee des Regenten auf dem Schwarzblutfeld aufhalten! Betreten! Ein Dungeon, Leute! Oioioi, Leute! Ich bin im Schwarzblutfels! Geht zum Schwarzblutfeld! Oh, da ist es! Wahnsinn! Schaut euch das an! Folgt dem Prinzen! Angriff! Vairain hat mehr Truppen gebracht als erwartet! Oh! Verräter überall, wo man hinsieht! Sie werden ihre Entscheidung noch bereuen! Ich werde die Gelegenheit nutzen! Und alle meine Gegner mit einem Schlag auslöschen! Ihr solltet euch besser bereit machen! Fürst Schericht! Eieiei! Er ist mit diesen Morpheus im Bündel! Ja! Und mit den Dämonen logischerweise! Also das ist ganz sicher! Besiegelt sich den ehrenden Soldaten des Regenten! Leute! Es wird heftig! Es wird absolut heftig! Heftig! Weg weiter! Nächsten bitte! Da! Da! Da ist noch viel zu viel! Ja! Chaosmacht! Ja! Chaosmacht! Was! Weg! Krass! Weg mit euch! Weg mit euch! Ihr seid einfach so absoluter Abschaum und definitiv! Ja, es ist leider schiefgegangen, die Militzsoldaten für die Regentschaft zu mobilisieren. Die sind auf meiner Seite. So, los geht's. Schwertkämpfer der Regenten. So, 72%, du bist auch gleich ein Übermarier, jawohl. Wo sollen denn die Nächsten sein? Ja, immer her mit euch, ihr Vögel. Na komm, geht, rennt weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, Leute, wir haben keine Chance gegen uns. Mit einem unglaublich starken Prinzen. Leute. Jawohl, rücke zum Schwarzblutgrat vor. Mach ich. Aber ich werde da trotzdem ein bisschen mithelfen, Leute. So, weiter geht's. Ich muss vor. Die kämpfen schon gegen den. Gegen die. Weil ich muss vorwirken zum Schwarzblutgrat. Da brauchen sie mich dringend. Ja, Leute. Es geht spannend weiter hier. Leute. Der Junge, der König sein will. Ich habe schon auf euch gewartet. Und wie ich sehe, habt ihr die Rebellen aus dem Westen mitgebracht. Alle Verräter werden heute starten. Bringt mir Thyra ins Kopf und den Bezwinger. Du hast keine Chance. Keine Überlebenden. Leute. Beschütze den Ranger wieder. Ich hasse das. Weg mit dir. Sirene hat mich geheilt. Das ist gut. Ich bin gerade so konzentriert, Leute. Weg mit euch. Lasst Sirene in Ruhe. Ja. Okay, schau, Leute. Ja. So, nächste. Einherz. Bist du nammst. Ho, 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 Leute. Beschütze die Grenze. So ein Angriff. Wow. Mein König. Wir sind hier. Das ist der. Kesselvoort. So ein Angriff. Kesselvoort. Gerade rechtzeitig. Kesselvoort. Kesselvoort. Session. Es ist gerade so mega. Wer folgt den Regenten? Rotklippenfestung. Bossgegner. Gibt es dir gut? Nähme ich bei meinem Titel. Errungenschaft freigeschalten. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Halt dieses Schwert. Du gehörst zu Lutera. Endlich. Die Chance, mich für die Demütigung durch deinen Ahnen zu reichen. Das ist der Hüter des Bezwingers. Wo ist sein Licht? Das Schwert ist so stumm und leblos wie du, Freundchen. Die Blutlinie schwindet. In dir steckt rein gar nichts von Lutera. Sun Rain. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gültig sein. Ein König muss an sich selbst glauben. Dieses Licht. Der Bezwinger leuchtet. Boah, Jesus. Darauf habe ich gewartet. Und nun eine ordentliche Schlacht bis zum Tod. Carmein? Was hat das zu bedeuten? Ich befolge nur meine Anweisungen. Das sind die Befehle von Kaserroth. Carmein? Aber meine Rache! Damit werdet ihr nicht davonkommen. Carmein! Ist der Carmein? Nicht der Morpheus. Ist das alles nur ein Spiel für dich, Dämon? Ja, aber keines, das ich heute spielen möchte. Nur keine Sorgen. Ich werde schon bald ein Spielfeld für uns finden. Viel Glück mit deinem wahren Gegner. Versuch nichts kaputt zu machen. Licht des Bezwingers. Er ist der wahre König, ja. Nun gut. Beregnet diesen Spuk ein Ende. Ein für allemal. Burg Luterra. Ich komme. Ja, und ich auch. Leute. Was für ein Desaster. Unglaublich. Rotklippenfestung. Ja, er startet Sirenbericht. Er hat überlebt. Ich dachte mir schon, oh mein Gott. Jetzt ist es vorbei mit Siren. Es ist einfach so mega. Boah, das war jetzt wirklich ein Kampf. Schwarzblutkraft. Piporter aktiviert. Pfadfinder. Erfolge abgeschlossen. Super, Leute. Gut, dann rede ich noch einmal mit Siren. Wir haben endlich eine Atempause errungen. Und all das dank dir. Ja, gerne. Es war riskant, aber wir haben es geschafft. Dank der Mithilfe von allen. Jetzt bleibt nur noch die Burg Luterra. Ah, Leute. Ja, abschließen. Durch die Dämonenbestienlegion. Ah, ich lese einmal durch. Scherecht hatte Dämonentruppen an die Frontlinien der Ebenen der hitzigen Schlacht entsandt, um uns zuvor zu kommen. Und die Kriegspriester stürmten zur Schlachtebene, um sich der Dämonenhorde entgegenzustellen. Obwohl sich Tyranes Hauptarmee ins Zentrum vorkämpfen und mit der Unterstützung der Kriegspriester eine Garnison aufstellen konnte, war die Verstärkung dennoch festgenagelt. Ich brauche durch die Ränge der Dämonenbestienlegion und berichte der Siren von den Truppen weiter hinten. Abschließen nun müssen wir zum Heldenwall marschieren. Oh, zum Heldenwall. Wir warten bis zum Anbruch der Nacht. Dann entzünden wir ein Signalfeuer. Ja, Abenteuerverladen, Belohnung freigeschaltet. Westloterra, 40% abgeschlossen. Super. Während wir warten, sollten wir uns vorbereiten. Wir müssen alle Vorräte an einem Mord versammeln. Gut. Ja, Leute. Super. Kampfrationen. Sammle Kampfforräte. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Aber in der nächsten Folge, liebe Leute, und in der nächsten Aufnahmesession. Es war ein Spektakel. Es war eine super grandiose und spannende Folge, ihr Lieben. Bleibt weiter dran. Wenn es wieder heißt Lost Ark, dann wird es sogar sicher noch spannender werden. Jetzt geht es so richtig extrem los. Wahnsinn. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute bei allem, was du tust. Und bis zum nächsten Mal. Game over. Und ciao.